Betreten Sie das Ödland! In unserer heutigen Folge mit anderen Zusammenarbeiten, die Kunst der Kooperation. Wenn Sie sich in dieses neue Amerika wagen, kann es sein, dass Sie von Einsamkeit geplagt werden. Doch Kopf hoch! Andere Bewohner aus Vault 76 haben sich ebenfalls nach draußen begeben. Trotzen Sie gemeinsam der neuen Welt. Aber lehnen Sie sich nicht zu schnell zurück. Treffen Sie auf andere Bewohner, so üben Sie sich doch in der Kunst der nonverbalen Kommunikation für das zwischenmenschliche Etwas. Vergessen Sie nicht, Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt kein Ich in nukleares Ödland. Mit diesem bewährten Verfahren wird Ihre Kameradschaft Früchte tragen. Vielleicht werden Sie sogar Freunde fürs Leben finden. Natürlich ist Ihnen nicht jeder so freundlich gesinnt. Lassen Sie sich nicht täuschen. Sollte dennoch das Unglück hereinbrechen, machen Sie das Beste daraus. Und wenn Sie dann wieder einmal ohne Freunde dastehen, keine Sorge. Ersetzen Sie im Handumdrehen Ihre alten Freunde durch neue, bessere. Sehen Sie, Sie sind auf alles vorbereitet. Nun wissen Sie, warum die Zusammenarbeit mit anderen von Vorteil ist. Mit diesen neuen sozialen Fertigkeiten sind Sie bestens für die Welt an der Oberfläche gerüstet. Als auserwählter Bewohner von Vault 76 ist es Ihre Pflicht, sich einmal im Jahr mit den Vault-Tec Lehrfilmen darauf vorzubereiten, wenn es heißt, Betreten Sie das Ödland!